Ja, ich fange jetzt einfach an, weil es einfach pünktlich ist und wir wollen natürlich pünktlich um 11 Uhr beginnen. Lieber Marc, lieber Herr Bürgermeister, die Abordnung der 9.9.9 haben sich immer wieder dieses Jahr versammelt, um die Karl-Organzession 2016-2017 zu öffnen und obligatorisch die Gewalt des Rathauses zu übernehmen. Wir bekräftigen diesen Überfall mit einem Dreivall. Herr Gernäp! Herr Hau! Herr Hau! Herr Hau! Herr Hau! Herr Hau! Ja, das ist nur so angemeldet.